Die Ganzheitlichen aus dem Saarland. Die Schüler des Berufsbildungszentrums Willi Graf Schule in St. Ingbert haben ein ehrgeiziges Ziel. Sie möchten, dass ihre Schule eine energieautarke Schule wird. Dafür senken die Schüler aktiv ihren Energieverbrauch. Egal, ob Beleuchtung, Heizung, Konsum oder Mobilität. Die Ganzheitlichen packen es an. Untertitelung des ZDF, 2020